Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin momentan bei 59.000 US-Dollar. Wir haben gestern unseren weiteren Pump bekommen, das heißt zweiter Take-Profit wurde. Mittlerweile erreicht der dritte und damit auch unser möglicher Short-Entry leider nicht. Ob wir den noch möglicherweise erreichen und wie es auch bei den anderen Trades momentan läuft, beziehungsweise welche neuen Trades ich noch geplant habe, weil da könnte sich doch heute noch einiges tun im Laufe des Tages, das erfahrt ihr auf jeden Fall im Video, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, Abo in den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr beide unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch gestern noch ein Altcoin-Video hochgeladen, aber das ist eher so ein bisschen ein Meinungsbild. Wie kaufe ich Altcoins, wann verkaufe ich Altcoins generell, wie ist meine ganze Thematik dazu? Schaut euch das gerne an. Ist gestern Abend, ich glaube um 19 Uhr habe ich es hochgeladen. Ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema zur aktuellen Lage bzw. zum ganzen Kryptospace, was Altcoins momentan anbelangt. Ja, und wenn ihr das Ganze traden wollt, was wir hier besprechen bzw. was wir auch hier spotmäßig und sowas machen, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingings empfehlen. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Es gibt wieder ordentlich Boni abzugreifen und weiterhin gerne eure User-ID in die Kommentare schreiben, damit ihr jede Woche am Gewinnspiel teilnehmen könnt. So, jetzt aber genug Werbung gemacht. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei knapp 59.000 US-Dollar, also so viel im Gegensatz zu gestern hat sich nicht gemacht. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir ja dieses Triangle hier gebildet haben. Da können wir uns nochmal ganz kurz gucken, so wie dieses technische Preisziel oder ob das technische Preisziel grundsätzlich mal erreicht wurde. Sehen wir, okay, hier bei der Breakout-Punkt hat es eigentlich genau nach oben hin getroffen. Nur die Ineffizienz hier oben und das war ja eigentlich so der Plan bei mir, also ab dieser grünen Box bis hier hoch, das war das so das Ziel für unsere mögliche Short-Position, das hat er nicht ganz getroffen. Wir sind bis auf 61.200 gekommen und die Ineffizienz lag bei 61.400 US-Dollar, also 200 Dollar knapp verpasst. Ich lasse diesen Weg jetzt trotzdem mal noch so stehen. Warum? Weil US-Märkte und normale andere Märkte momentan sehr bullish sind. Deswegen die Chance, dass wir im Laufe, vor allem jetzt wieder am Wochenende, wieder da hochkommen, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Außerdem haben wir hier auch wieder so ein Docht hinterlassen, das heißt wir lassen jetzt diesen Pfad hier jetzt erstmal drin. Es ist keine Short getriggert worden, die Short bleibt weiterhin hier oben in diesem Preisbereich, vor allem für die Leute, die jetzt eben noch die Long-Position offen haben, oben Short bleibt einfach drinnen. Das heißt mit Entry 61.400 US-Dollar und Stop-Loss über diesen Pivot bei 62.700 US-Dollar. Das Ding ist, ihr habt eh nichts zu verlieren, weil ihr eine Long-Position offen habt und somit dann hier im Endeffekt da, wo eure Position getriggert wird, den dritten Take-Profit nehmt und gleichzeitig dann eine Short-Position in gleicher oder ein bisschen kleinerer Position aufmacht. Das ist jetzt der Plan. Ansonsten, Spider-Take-Profit habe ich euch ja gestern gesagt, den solltet ihr nehmen bei 61.000 US-Dollar, also das hat perfekt gepasst, oder 60.900 habe ich glaube ich gestern gesagt, irgendwie so um den Dreh, wurde auf jeden Fall getriggert. Sehr, sehr gutes Zeichen. Ansonsten hat sich bei BTC eigentlich überhaupt nicht viel gemacht, deswegen brauchen wir uns jetzt hier ehrlich gesagt nicht weiter aufhängen. Ethereum, same, im Endeffekt keine neue Position, im Endeffekt eröffnet hier. Wir sind nicht mal ans 0,5 hochgekommen, aber Bitcoin auch nicht, deswegen lasse ich den Plan jetzt hier, den positiven Plan nach oben hin jetzt auch erst einmal stehen. Auch hier bin ich weiterhin in keiner Position drin, hat sich ja seit gestern ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel getan. Die Short-Position hier oben bei 2.650 US-Dollar bleibt jedoch weiterhin erst einmal im Hinterkopf. Ansonsten sind wir hier im Nirgendwo, beziehungsweise im Niemandsland, deswegen würde ich hier erst einmal gar keine Position eröffnen. Je nachdem, sollten wir jetzt doch nochmal einen Dump kriegen und ich sage jetzt mal, das Szenario, was ich mir eigentlich danach erhoffe, also erst dieser Dump nach unten hin, sollte doch noch entstehen, hätten wir ja grundsätzlich einen doppelten Boden. Das wäre nochmal Szenario B, wovon ich momentan ehrlich gesagt aber nicht so wirklich ausgehe. Ich bleibe jetzt erstmal so beim bullischen Pfad nach oben hin. Ja, dann, was machen wir noch? Gold, 2.500, was hatten wir gestern? 2.528, wir haben kein neues All-Time-High. Stört mich ehrlich gesagt ein bisschen, deswegen ziehen wir auch hier den Pfad noch ein bisschen rüber. Also auch hier noch kein neues All-Time-High, wir haben zwar dieses Top hier drüben auch noch nicht abgegriffen. Okay, nee, dann hat sich hier auch ehrlich gesagt nichts getan. Ich möchte hier noch ein neues All-Time-High, vielleicht im Laufe des heutigen Tages, weil da liegt mittlerweile so viel Liquidität. Allein wenn wir nur mal diese grüne Box hier ein bisschen so jetzt runterschieben, haben wir hier so viele Berührungspunkte in diesem Preisbereich. Also ich möchte hier meinen Short-Order früher oder später noch abgeholt haben, mindestens, und dann eben diesen Dump nach unten hin. Also Short ist weiterhin geplant, aber noch keine Position geöffnet. DAX, neues All-Time-High, auch hier muss man ehrlicherweise dazu sagen, wir sind jetzt in unserer grünen Short-Box angekommen. Warum ich hier aber noch keine Position gemacht habe, hat zwei Gründe. Einerseits S&P 500 hat nach starken Nvidia-Zahlen oder generell der ganze Markt gestern nach starken Nvidia-Zahlen noch kein neues All-Time-High. Wir schauen mal noch ganz kurz auf den Dow Jones, der ist mittlerweile bei einem neuen All-Time-High. Ich möchte aber hier diesen Docht noch dazu haben, den würde ich mir gerne noch fischen. Das sind momentan diese zwei Dinger. Und wenn wir uns auch ein DXY angucken, der ist momentan auf schönen Erholungskurs. Da kommen wir gleich noch zu unserem anderen Forex-Position. Eventuell gehen wir da heute im Laufe des Tages Short. Also es wäre für mich eigentlich DAX und S&P 500 auf jeden Fall noch zu shorten. Die Position hier oben, habe ich euch ja gesagt, die würde eigentlich perfekt hier oben gelten. Ich habe gesagt, gestern, ich warte auf ein neues All-Time-High. Danach sieht es momentan aus. Gestern habe ich Analystenbewertungen gelesen, die gehen davon aus, dass der DAX-Richtung 20.000 Punkte geht oder 20.500. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen Stop-Loss hier in die Region 19.200, 19.300 Punkte auf jeden Fall dann ziehen müssen. Risk momentan bei 2,08 Prozent. Warten wir mal ab, aber die Divergenzen sind massiv. Das Volumen geht zurück, also eigentlich müssten wir heute noch in diesen Trade gehen. Dann werde ich euch auf jeden Fall dann, wie gesagt, in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden halten. Ja, und last but not least, unser Euro-Trade läuft perfekt. Zweiter Take-Profit genommen, auch der Euro gegenüber dem US-Dollar auch perfekt. Also die Trades laufen momentan. Ansonsten bereue ich es, dass ich euch nicht noch den Euro gegenüber Schweizer Franken gemacht habe. Aber gut, ist jetzt wurscht. Die Woche war ich echt zufrieden. Und wenn wir jetzt heute noch einen DAX und einen Gold-Einstieg kriegen, dann soll es das auch gewesen sein. Und ich bin eigentlich wirklich, wirklich happy. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wie gesagt, ich kann euch wirklich nur empfehlen, guckt euch dieses Altcoin-Video bitte an. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns auf jeden Fall. Dann denke ich morgen wieder, vermute ich zumindest. Und wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ich werde mir heute auch einen schönen Tag machen. Wer es in der Gruppe mitbekommen hat, weiß Bescheid. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.